Jetzt hat der Renarder Franz aus Bad Radkersburg angerufen und gefragt, ob er unsere Podcast-Folge über den Leopold Kaur für seine Radiosendung und seinen Podcast mit dem schönen Namen Willkommen im globalen Dorf verwenden darf. Natürlich, ja. Und er hat draußen mit seinen weitreichenden Überlegungen die 31. Folge von seinem Podcast gemacht mit dem Titel Is Small Still Beautiful? Vielleicht hört es euch die an oder überhaupt seinen Podcast, der eine unglaubliche Fülle von Wissen, Anregungen und Beispielen bringt, wie man das Leben im Dorf neu beleben, neu erfinden und wiederentdecken kann. Und die Musik im Hintergrund ist übrigens sein Signation. Also dann, Servus, Ciao, Pfiat euch und noch einen schönen Tag.